So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast. Lass dich heute nicht aus der Ruhe bringen von meinem kleinen Gast, der dort oben auf dem Regal steht, eine Maui-Figur. Fand ihn recht schick und hat mir gedacht, der darf heute mal als moralische Unterstützung in diesem Video fungieren. Es geht heute um ein relativ frisches Release aus diesem Jahr, 2022, nämlich aus dem Hause Armani Aqua Di Gio Pur Om. Und zwar das Eau de Parfum. Wie immer starten wir mit dem Flakon-Design. Ich habe leider diesmal keinen Vollflakon hier, sondern nur diese, ich sage mal, Probe, leider, wie auch immer. Ich werde ihn dir hier oder dort mal einblenden. Und wie du schon siehst, man hat sich beim Design diesmal am Eau de Toilette orientiert, aus dem Jahre 1996. Dieses, ich sage mal, beige Milchglas-Design mehr oder weniger, finde ich persönlich nicht so schick. Deutlich schöner finde ich da den Profumo in diesem fast undurchsichtigem schwarzen Flakon mit dieser silbernen Schrift. Und wenn ich nicht ganz falsch bin, ab der 75ml Größe hast du unten diese silberne Platte, worauf er steht, die dann sehr schön in dieses Design reinscheint. Finde ich sehr klassisch, sehr zeitlos, sehr elegant. Und dieses Milchglas mehr oder weniger ist jetzt nicht ganz so schön. Aber gut, wir können es nicht ändern, müssen damit leben. Und ich sage mal, er ist ja jetzt auch nicht so unfassbar hässlich, aber es geht durchaus besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie riecht das Ganze letztendlich? Du hast in der Hauptsache einen aromatisch würzigen Duft, einen Charakterduft, möchte ich fast schon sagen, aufgelockert mit einer uns bekannten Meeresbrise, einer sehr schönen aquatischen Note und einer obendrauf gesetzten, sehr schönen und fein eingewogenen Mandarien-Note, die diesem Duft eine sehr schöne Leichtigkeit, Fröhlichkeit und eine gewisse Frische verleiht. Das finde ich sehr, sehr schön. Man möchte fast schon sagen, wir haben in gewisser Weise einen Hybrid aus dem Original Eau de Toilette, Acqua di Gio und aus dem Profumo. Und jeder, der sagt, okay, der Profumo, der ist mir vielleicht ein bisschen zu würzig, der wirkt mir zu unrund, der ist ein bisschen zu kantig. Und das Eau de Toilette ist mir dann halt zu leicht und zu frisch. Dann haben wir hier genau das Mittelmaß getroffen, einen aromatisch würzigen Duft mit sehr schönen leichten, frischen und anteilmäßig fruchtigen Aspekten, was durchaus sehr gefällig ist, was dir sehr gute Komplimente bringen kann, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut ankommt und überall und immer funktioniert. Und damit kommen wir zum Einsatzgebiet dieses Duftes. Wir haben hier mit einem Parfum, was quasi immer und überall funktioniert, zu jeder Gelegenheit, bei jeder Temperatur, egal ob Winter, egal ob Sommer und egal, wohin du gehst, was auch immer du machst. Wobei ich hier sagen möchte, tendenziell funktioniert er meiner Auffassung nach ein bisschen besser, wenn es wärmer draußen ist, weil er doch dann mehr in die etwas frische Richtung neigt. Auch wenn du noch ein paar Aspekte von Lavendel mit drin hast, die eine sehr schöne Herbenote mitgeben und er im Ausklang mehr und mehr, ich sag mal, dunkler und tiefer wird. Aber allgemein, würde ich schon sagen, sind wir ein bisschen mehr auf der frischen Ebene unterwegs. Und das finde ich schon sehr, sehr schön gelöst. Wer sollte sich diesen Duft letztendlich holen oder in Betracht ziehen, den mal genau in Augenschein zu nehmen? Zunächst mal alle, die eben einen Duft suchen, der signaturwürdig ist, jemand, der einen Duft sucht, der immer funktioniert, überall funktioniert und womit er sich sicher sein kann, definitiv überall gut anzukommen. Für den ist dieser Duft unbedingt geeignet. Wenn du allerdings, ich sag mal, olfaktorische Neuerungen erwartest, wenn du meinst, Armani hat hier das Rad vielleicht neu erfunden oder bringt in die Aquadigio-Reihe ganz, ganz frischen Wind rein, der sollte es wie ich handhaben und es hier bei dieser kleinen Probe oder Abfüllung belassen. Denn wirklich vom Stuhl geschoben wirst du hier nicht. Du bekommst nichts Neues auf die Nase und irgendwo, man kennt sich halt, sagen wir es mal so. Trotzdem alles in allem ein solider Release, ein respektabler Release mit einem sehr, sehr schönen Duftcharakter und was ich schön finde, eben einer sehr, ich sag mal, guten Haltbarkeit, wenn man an das Auto-Toilett zurückdenkt, wo nach drei, vier Stunden der Ofen aus war. Hier geht definitiv ein bisschen mehr, wenn es auch nicht ganz an Profumo und eventuell andere heranreicht, aber ich möchte es hier beim Vergleich zu diesen beiden belassen. Das heißt, in allen Belangen gesundes Mittelmaß und deswegen ein ganz guter Release, wenn auch nichts, wo man unbedingt, ja, auf die Knie gehen muss oder was auch immer. So, in diesem Sinne hoffe ich einfach mal, dir ein bisschen weitergeholfen zu haben, dir einen kleinen Überblick verschaffen zu können über die ganze Thematik und wünsche in diesem Sinne noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao.